ja 2 anrufen zu einer Neu-Folge von Minekraft denn was nein warte das heißt ja jetzt anders das heißt jetzt hallo und so und hätte ich willkommen ne warte wie hieß es nochmal ich hab meine Ansage vergessen hallo und so und schön dass du wieder dabei bist und wir spielen eine neue Folge von Minekraft ich finde es schön dass ihr nehmt ich hab die gegrüßt ist auf die Psyche Alter was ist denn warum kriege ich nichts ab was haben wir für ein Slash that's all das ist so nervig das hier einzugeben das ist alles bronzer auf sein das ist ja so oh ja ich hab so richtig geschrieben 3400 da gegründet dann geht doch voll ich bin auch noch 3500 ich bin sicherlich schlecht und aufgrund solch nicht so krass sein warum man das hier mal stattdessen setz euch mit 10.000 dabei ist dass ich einfach ein bisschen besser kann er Igel? Nein der kann nicht Igel Spitze oh er hat Taktik er hat Taktik er baut sich hoch Manuel L. Jackson ich gebe dir mal grün ist das Lokationenpartner die Licht Alter war das Mast zum Glück habe ich aufgenommen Alter das war so skilly das war so unglaublich skilly bitte jetzt nicht unser Bett nicht unser Bett jetzt bitte nicht unser Bett ok ich bin nochmal respawn auf jeden Fall unser Bett weg? weiß ich noch nicht ok es ist noch nicht weg aber wer ist ich bin halt drunter genug worden und wer ist halt dann geschwunden ich habe einfach schon mal geprayt da kommen die Leute zu uns ne? äh nein hier kommt keiner ich hab' ich schon schon guckt die Welt ist nicht lewe die Gelb hat einen scheiß Bogen ich will save your life oh warte mal das war ein grüner das war gar nicht mein Team ich bin jetzt holt jetzt killt er mich hä was krieg ich denn schon wieder für Knockback alter? ich mach jetzt die geheim 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 wir haben Taktik deshalb werde ich jetzt äh hier einen Filter draufhauen dass ihr nix mehr seht hahaha das ist ja schon so ich hab mich angegriffen der Gabor hat mich angegriffen ich muss halt Bett abbauen oh warte mal es gibt gar kein anderes Bett mehr gell da ist ein Gabor bei uns das ist ne blöde Bitch nichts ist einfach scheiße aber spammen kann er warum kann jeder spammen warum nicht? Spam ist ein bisschen schwer ja aber warum warum? wenn man Paluten guckt weiß man dass Spam nicht schön ist du triffst mich hier nicht du dumme Nutzer übrigens unser Mate verrückt die ganze Erinnerung David Paul hab ihn! Easy ja ich hab' den David Paul grad gelenkt also wenn jetzt ist er gar nicht saugtes Zeug ja der hat einen Bogen das war's aber auch eigentlich nein der der bei mir ist ach so wo ist denn der? nee alles klar und wo ist bei dir? bei Hoops hallo wo ist denn bei dir? bei Hoops ah das gibt jetzt schon mal ein bisschen Klarheit in die Sache oder eine Schluckina verdeck deine Eier bitte okay kauf dir ne Hose bitte Zuschauer wollen es ihr wollt das auch Titus soll sich ne Hose kaufen GG wenn ihr euch geformt habt dann lasst du meine positive da schaut auf jeden Fall mal beim Titus vorbei leider hat er noch keine Benutzer definierte URL das hab ich ihn nicht in der Beschreibung verlinken möchte weil die sonst wieder ellen lang wird diese schöne URL okay und da wollte ich ja sagen bis zum nächsten Mal tschüss 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 tschüss